Ja irgendwie, Drops waren ziemlich viele, oder? Also ich bin dann an einen Drop gegangen, der hat die Growser liegen lassen. Also er war schon gelootet, aber das Spiel hat die Growser nicht genommen. Nichts und nirgends runter gegangen, oder? Die Bahn ist ein Team runter. Willst du in die Richtung gehen dann? Ich habe noch keine Waffe, ich habe gerade erst mal einen Backpack aufgehoben. Ja, gönn dir das, Backpack. Hey Knife, grüß dich. Deshalb hast du gute Laune, Taube, oder was ist da los? Die Laune steht und fällt mit Overwatch Rankings. Uff, gerade noch gerettet. Sehr geile Laune. Nice, ey. Bahn muss sogar zu uns kommen, ne? Oder, naja, kann auch in den Norden rein, aber... Also Leute, ich mache ein bisschen Duo mit dem Tim. Ich würde mal sagen, nach ein paar Runden, aber stelle ich gerne auf Squats um. Also Beatty, Knife, Hexy. Who wants. Passst du noch ein 2 Escob? Nee. Brauche ich 7 noch. 30 bis zum Reload. Ja, ich habe ein bisschen liegen gelassen, leider. Ich höre es auch noch zu. Hm. Hm. Oh, nee, nee, vor mir, vor mir, im Haus links. Gerade reingelaufen. Ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen. Nö, der schleicht da auch drin rum, ey. Nö, der schleicht da auch drin rum, ey. Genockt vor... Unten nach rechts an der Hütte war der andere Mate. Oh, jo. Hab ihn. Nice. Ich bin am Stein hängen geblieben. Ja, der ist ja so an den Baum rinnen und her getänzelt, der Beatty. Und der Große hatte ich immer das Struggle, dass ich immer nachladen musste. Und ich... Ich hatte auch keine Nate, leider. Ich hätte einfach... Ich hätte aber nicht an den Baum davor pushen sollen. Ich wollte das Auto als Deckung erst nehmen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte es anders spielen sollen. Äh... Der hat eine K hier, wenn du spielen willst. Ich nehme hier einen 4. Ich nehme hier einen 4. Ah, die K nehme ich auch. Achso. Der hat hier noch 7er Muni. Ganz viel. Ah, ich habe die einen 4 genommen. Achso, brauchst du jetzt nicht mehr. Kofferling troppen. Hier noch 2. Mechs hast du hier noch rumgammeln. Ich habe hier 3 Mechs noch mit, ey. Achso. 4 6er gegen 2er WM, so eine AUG. Ich habe 3 von 4 mussten leiden. Warum nicht 4 von 4? Der hätte ich mehr erwartet, Kappa. Warte, hier liegen noch mal mehr Mechs um. 2er wirst du noch frisch. Was? Hast du ein gutes Scope auf der K? Ja, das sind 6er. Ja, das sind 6er. Okay, perfekt. Ja, witzige 3 Leute mit 3er Equip, ey. Hör ich da ein Mimimi, oder was? Haha. Guck mal, wenn sie alle was hätten kennen können, hättest du wahrscheinlich nicht 3 von 4 bekommen, ne? Wenn das alles rechts sehr gute Spieler sind. Ich habe jetzt auch Lack gehabt, dass der Typ einfach am Haus langläuft und vergisst, dass das ein Hühnerhaus ist, ne? Ich habe mich nur hingehockt und auf seine Beine geschossen. Ich hatte schon Angst, als ich vorlaufe. Oh fuck, der schießt mich jetzt bestimmt gleich ab. Was musst du überhaupt in deiner Duo-Mission machen? Top 5 Hä? Hast du grad sich selbst gemacht? Oh, Gegner, Gegner. Einer knockt, andere Schasenseite. Äh, ja, bräuchte ich. Das schießt auf 35, die K. Nice. Jetzt weiß ich nicht, ob das halt die Sounds waren, die ich auch gehört habe. Ich habe ganz komischen Sound gehört gehabt. Der Typ hier hat auch noch einen Dreierscope. Der hat ja gar nichts, ey. Was nehme ich denn jetzt hier? Einen Mid-Kit weniger Nade rein? Nee. Naja, machen wir was so. Achso, Biti spielt doch die Customs mit da. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, Customs mache ich nur, wenn es... Oh, Chalet SR. Ja. Den nehme ich. Wollen wir, ähm... Südlich reinlaufen? Ja. Oder wollen wir den Buggy neben ein Stück reinfahren? Können wir auch. Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Ich mobbe kleine Kinder. Wow. Du hast mich gemobbt, also hast du recht, ja. Oh, ne Blendgranate von dir, oder? Oh, meine. Schön. Ist das deine Mission, oder was? Ne, ne. Wenn das so eng ist, ey, dann... Soll es die Trump auspfe glowing. Oh. Äh. Was ist das? Was ist das? Was war das grad für ein Bug? Auto hinter uns? Tuk Tuk? Ja, kommt gleich Straße. Oh mein Gott. Nice, ey. Schönes Ding. Oh mein Gott. Der Beifahrer hat's gar nicht erst gecheckt. Ich hab genau zwischen den Mauerelementen hab ich zwischengeschossen. Schön. Hat der nen Cheekpad? Äh... Ne, ich mein nicht. Ne. Hm, der auch nicht. Nate hat ja noch einen hier. Ich hab schon viel. Pfff, 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 pfff. Äh, das ist... Weißt du, hat er eher... Hat er nen Clan-Tag im Namen ey, dann... ...ballelt er die Kills raus. Ja. Pfff, 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 pfff. Vielleicht, ja. Aber es sind auch viele Shots woanders noch, ne? Oh, oh, close, close. Knackt. Schön. Hab ich gar nicht gesehen ey. Ich hab grad nur aus nem Augenwinkel raus gesehen. Da kommt ne Smoke dahin. Wo waren der? Links oder rechts am Hill? Links von dir. Ja. Ne Car schießt noch von der anderen Seite auf mich. Norden. Vorsicht auf Norden, Tim. Der ist ge... gefinisht. Na, das war ich. Okay, du musst kommen, du musst kommen. Ich lauf unten rum. Hm, ich komm mit. Ich komm mit. Schon wieder die Nails ins Leere geworfen bei mir. Nimm mal boosten, Mann. Dann müssen wir rüber. Uff, Alter, wo wir hin müssen. Ja, vielleicht durcheinander, oder? Mhm. Die anderen könnten Brücke gehen, nördlich von uns. Hardshift. Das für die... Okay, die haben Falz. Ja, gut. Auch nochmal voll boosten, fix. Gut, dass wir da weg sind ey. Naja. Ja. Es war auch gut, dass wir die ersten da waren zumindest. Später reinkommen. Ich hab den, ich hab... schon Angst, als wenn wir mit einem Buggy da hingefahren sind. Ja, ich auch. Das... ja, hab ich auch gedacht. Können sogar sein, dass beide Parteien ripped sind. Oh ja, wow, die sind ja noch weiter hinten, die Shots ey. Weißt du, da ist bestimmt ja 50% noch Wasser in der Zone ey. Ja, definitiv. Ich seh die nicht. Die werden schon außerhalb des Spielbereichs genockt ey. Ja. Bist du südlich von Ruinen? Lass mal südlich gehen, oder? Wie viel Koffer hast du? Noch einen. Einen? Ah fuck. Ist nicht viel, dann durch Ruinen straight. Woll kriegt Gegner. Ah, hier sind Koffer hier oben. Zwei Stück. Hier aus dem Pimpel. Ah, ich lauf jetzt durch. Ah, ich bring sie mit, ich bring sie mit. Ah, hier steht ein Auto hier oben. Lochen. Hier steht ein Auto, aber ist nicht gelootet. Hey lol, ich hab gerade gar keinen Zonenschaden bekommen, als ich außerhalb war. Echt? Als ich die Mauer runtergesprungen bin und ich keinen Schaden mehr bekommen habe. Komm mal her, komm mal her. Oh, fuck, fuck. Uff. Äh, aus 255. Ja. Okay, wir müssen aber eh nach Norden, die müssen da auch weg. Wird einfach laufen, oder? Das macht der neue Klartec. Genau. Kein Zon... Er killt alles. Er kriegt kein Zonendamage mehr. Grüß dich, Marco. Oh, oben. Straße hat gerade einer gecrossed. 55. Okay. Uff. Ja, läuft parallel. Ja, sehe ich. Nur den einen, ne? Gut angehittet. Was wollen wir machen? Wollen wir hier vorbeischwimmen an dem Felsen oder über Brücke? Wir haben das eine Team noch hinter uns mit der K. Hm. Ich glaube, es ist beides. Kacke, ob wir laufen oder schwimmen. Äh. Marco, danke für den Sub, aber kein Alert. Ja, hier an der Brücke sind die. Die sind an der Brücke. Direkt andere Seite. Der andere ist hier links noch, glaube ich. Down. Nice. Oh fuck, die Zon. Hoffentlich schaffe ich das. Uuuuh. Ja, schaffe ich. Uff. Wow, da kommt kein Alert. Äh. Gucken wir dann gleich mal. Ich habe mein Dreierskop weggeworfen. Fuck ey. Na egal. Oh, Brücke. Ja. Was gibt's Geileres. Die waren Gott sei Dank sehr passiv da, ey. Die waren vor uns da. Tschüss, Tim. Tschöö. Wenn du oben bist, springe ich runter. Mhm. Äh. Auf dem Wasser. Zwei Leute. 260. Alter. Ich komme runter. Uff. Bist gerade alleine, Tim. Bist gerade alleine, Tim. Gefinished, ne? Gefinished, ja. Auch keine Net mehr. Von mir. Puss. Ding. Hat drei Hips. Oh, von hinten, von hinten oder so. Äh, Brücke. Lul. Ach, come on. Ja, unten, der ist unten an dem Fuß. Alter. Nein. Oh. Der steht da immer noch, ey. Ich raste aus. Ja. Alter, mal lieben. Hm. Der steht unter der Brücke an dem Fuß, ey. Fuck, ey. Kriegst du mich nie hoch. Ist der jetzt hinter dir da tot? Äh, weiß ich nicht. Hab ich nicht drauf geachtet. Oh je. Der ist immer noch dort. Auf jeden Fall unter der Bridge. Wird mich gleich finishen wahrscheinlich. Naja, der wird dann noch bleiben. Der muss erst. Äh, jetzt ist er. Äh, die Ecke rechts. Hier eher auf der Seite bei Gelbware grad. Kann sogar sein, dass er runter gesprungen ist. Ich gucke in die Richtung. Sobald ich ihn sehe. Dann war da keine Smoke oder keine Nade mehr. Naja. Aber was? Hier oben am Berg. Rotter Marker. Ist nach hinten weg. Ne, wird gepusht. Kannst du, kannst du, kannst du an die... Ah, ich hol' ich, ich hol' ich, ich hol' ich. Ich hol' ich. Ich muss jetzt Marathon laufen, ey. Oh Gott, ey. Leben am Limit. Bist drin, bist drin. Bist drin, ja erst. Einer rechts noch wahrscheinlich und zwei oben. Mhm. Rechts sind noch zwei, oben ist einer. Ja. Ach so, okay. Ja, der ist down. Rechts sind noch die zwei. Ich komm' mit dem jetzt zusammen. Oben schon. Oben sich selbst. Einer knocked. War das oben, oder? Ja, oben, oben. Oben, ey. Da waren aber zwei erst gerade. Ja, der ist noch oben. Nice. Uff, Alter. Was ne Runde, Tim, ey. Uff, Alter. Uff. Alter, nice move, dass du mich dann nochmal hochgeholt hast. Ach. Uff. 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 Fette Runde, Tim.